Was glaubt meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Zetas oder einfach nur Marc und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, Blizzard Entertainment hat verkündet, dass zu der neuen Expansion von WoW Shadowlands der Caravan Brutosaurus entfernt wird. Ja meine Freunde, der Longboy verabschiedet sich anscheinend vom NPC-Händler in Shadowlands, das heißt die 5 Millionen Gold Gold Zink sind nicht mehr für einen Normalsterblichen erreichbar, sag ich mal. Ich finde das tatsächlich sehr interessant, dass Blizzard diesen Schritt geht, ich möchte auch heute mal im Video auf ein paar Gründe, warum vielleicht Blizzard das Ganze macht, eingehen und dann vielleicht auch noch ein bisschen über die Konsequenzen reden. Was mir aber zuallererst hierbei in den Sinn kommt, ist natürlich das Project Longboy, das mehr oder minder regelmäßige Projekt am Mittwoch und ja, wie geht es da weiter? Ich kann euch da aber glaube ich entwarnen, es wird auf jeden Fall weitergehen, ich werde auf jeden Fall sogar noch mehr ranklotzen, denke ich mal, weil jetzt tickt die Zeit, meine Freunde. Äh, ich schätze mal, wenn Shadowlands so im Oktober, November, Dezember nächsten Jahres kommen sollte, bleibt uns noch so ein Dreivierteljahr. Also im Prinzip sollte es machbar sein, aber müssen wir mal schauen. Also ich bleibe auf jeden Fall am Ball, das Project Longboy bleibt auch auf jeden Fall am Start und ich würde sagen, ich rede jetzt erstmal über das erste Thema und zwar die Gründe, warum Blizzard den Longboy wahrscheinlich entfernt. Die wirklichen Gründe, damit rückt Blizzard nicht wirklich raus, da halten die sich extrem bedeckt. Das Einzige, was die geschrieben haben, ist, dass, ja, so wie jeder Dinosaurier muss auch mal der Longboy dran glauben, aber, ne, bla bla bla, ist ein bisschen rumgeschnackelt da, aber warum macht Blizzard das wirklich? Was steckt dahinter? Ich kann in dem Fall allerdings nur spekulieren, ich habe mich schon ein bisschen drüber belesen und einige interessante Punkte, die mehr Frage als Aussage sind, habe ich zusammentragen können. Und die erste Vermutung ist, dass den Longboy wahrscheinlich kaum noch einer einfach kauft. Und warum? Naja, ganz einfach, weil wahrscheinlich kaum noch einer so viel Gold hat. Ich meine, wir wissen alle, damals als der angekündigt wurde, damals als der Hype groß war, da haben alle, die im Prinzip die Kohle hatten, haben sich den auch gekauft. Also war man damals schon kein wohlverdienender Auktionshaus-Mogul, dann ist man das wahrscheinlich auch heute nicht. Deswegen, die Leute, die sich damals kaufen wollten, haben sich den gekauft und mittlerweile, glaube ich, ist es wirklich sehr Nische geworden, dass man wirklich den Longboy noch aktiv hinterher farmt. Ein anderer Punkt ist vielleicht, dass Blizzard sagt, okay, es ist vielleicht einfach schon genug Geld raus. Also genug Geld aus dem Wirtschaftskreislauf raus. Vielleicht hatte Blizzard wirklich einfach nur vor, naja, eine bestimmte Menge, sage ich mal, aus WoW rauszuholen, eine bestimmte Menge an Gold, in Anführungszeichen. Und vielleicht wurde die ja jetzt schon erreicht, vielleicht hat Blizzard schon so in die Richtung das alles hingekriegt, wie die das auch wollten. Und jetzt brauchen die einfach den Brutosaurus nicht mehr als Mittel zum Zweck. Wer weiß, wer weiß. Ein anderer Punkt, den ich sehr oft sogar gelesen habe, ist, dass Blizzard jetzt nochmal versucht, vom neuen Add-on eine Art künstliche Knappheit zu schaffen, um nochmal so viel Gold wie möglich aus der ganzen Ökonomie rauszuholen. Indem die halt sagen, okay, meine Freunde, wir machen das in etwa wie bei so einer Collectors Edition. Wir verwenden einen einfachen psychologischen Trick. Wir versuchen, die Leute zu überzeugen, die sich vielleicht noch nicht so wirklich entscheiden konnten. Aber jetzt dadurch, dass man sagt, okay, das Brutosaurus-Mount ist nur noch zeitlich begrenzt da. Das ist so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und das bringt dann wiederum die vielleicht etwas verunsicherten Leute dazu, denen doch zu kaufen. Und damit kann Blizzard es einfach schaffen, noch mehr Gold aus der Wirtschaft zu nehmen. Also, wer weiß, wer weiß, ne, Blizzard hat sich, wie gesagt, sehr bedeckt gehalten. Und die drei Gründe, beziehungsweise die dreieinhalb Gründe, denke ich, sind vielleicht erstmal noch nur Spekulationen. Aber wir können uns ja nicht zu sicher sein, vielleicht, vielleicht haben wir doch da irgendwie nochmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Also, was für Konsequenzen wird das Ganze haben? Was für Konsequenzen hat das Ganze, ja, wir entfernen jetzt den Brutosaurus aus dem Spiel. Beziehungsweise, wir entfernen die Möglichkeit, ihn zu kaufen aus dem Spiel. Zweil erst vielleicht etwas Allgemeines, denn mit dem Entfernen von dem Brutosaurus aus dem, ja, Angebot für den NPCs, die das vorher versählt haben, bekommt man dann einen Meta-Erfolg, wenn man den gekauft hat, halt, bevor er halt entfernt wurde. Dieser schimpft sich Conspicuous Consumption, was übersetzt so viel heißt wie Prestigekonsum und ist, wie der Name schon sagt, einfach Prestige. Der Brutosaurus ist, um ehrlich zu sein, wirklich nichts anderes als Prestige. Ich meine, okay, ja, das Auktionshaus da drauf ist einzigartig. Das kann man, niemand kann also wirklich dran zweifeln. Aber, ganz ehrlich, 5 Millionen Gold, die auszugeben, ein Mount zu haben, was so viel kostet, es ist halt einfach ein Prestigeobjekt in der World of Warcraft. Meiner Meinung nach passt dieser Erfolg deswegen doch recht gut dazu. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich jetzt die ganze Zeit versucht, mich ein bisschen so drumrum zu schängeln, um die Aussage, dass der Brutosaurus auch wirklich komplett aus dem Spiel entfernt wurde, denn das ist nicht der Fall. Tatsächlich werden die Zügel des mächtigen Karawan-Brutosaurus noch im Auktionshaus, also im Schwarzmarkt-Auktionshaus erhältlich sein. Was daraus folgt, ist im Prinzip einfach, dass das Auktionshaus-Mount nur noch zu einem größeren Prestigeobjekt wird, was dann wahrscheinlich nur noch die richtig Reichen sich kaufen können, die wahrscheinlich das Goldcap haben. Also, ganz ehrlich, wenn das nicht für 10 Millionen Gold da weggeht, dann weiß ich auch nicht. Es wird halt einfach ein super seltenes Mount sein mit einer einzigartigen Funktion und das wird den Preis so hart in die Höhe treiben. Ich glaube, immer wenn der im Schwarzmarkt-Auktionshaus sein wird, wird er immer für Goldcap weggehen. Eine andere Konsequenz, die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, ist, dass mit dem Entfernen von dem Karawan-Brutosaurus auch, ich glaube, ein bisschen die Deflation gestoppt wird in WoW. Was heißt Deflation in diesem Zusammenhang? Naja, ich glaube, Blizzard hat nicht wirklich ein Geheimnis drum gemacht, dass die den Karawan-Brutosaurus einfach nur als Goldsink hinzugefügt haben. Das heißt, Blizzard wollte einfach so viel Gold wie möglich aus dem Spiel entfernen und in dem Sinne heißt es halt Deflation, weil das Gold, was im Prinzip danach übrig bleibt, einfach mehr Wert hat, sag ich mal. Und dafür hat der Karawan-Brutosaurus auf jeden Fall gesorgt. Ich werde mal nochmal ein bisschen recherchieren, wie viel Gold vielleicht insgesamt geflossen ist. Vielleicht werde ich das mal in einem kleinen Nachtrag dann nochmal editieren in einem anderen Video, aber wer weiß. Aber wie gesagt, die Deflation ist damit wohl erstmal gestoppt, sag ich mal. Und die Frage ist, jetzt wird mit dem Verschwinden von Brutosaurus auch die Inflation wieder stärker einsetzen. Das heißt, wird mit Shadowlands das Gold wieder, ja, im Prinzip wertloser oder wird Blizzard Shadowlands nutzen, um einen neuen Goldsink zu implementieren? Das ist natürlich ja auch eine Möglichkeit. Wer sagt denn, dass Blizzard nicht einfach ein neues Auktionshaus Mount bringt, in Anführungszeichen? Also, wie gesagt, meine Freunde, in diesem Video ist gerade alles so ein bisschen vage, aber ich wollte einfach mal ein paar Informationen, ein paar Ideen zusammen sammeln und sie euch mal ein bisschen präsentieren, weil so in-game passiert ja für uns Goldmaker nicht allzu oft was. Und wenn Blizzard dann mal eingreift mit diesem Goldsink oder dem für uns speziellen Auktionshaus Mount, dann ist das schon, finde ich, sehr erwähnenswert. Also, ihr könnt ja jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dem ganzen Ding haltet. Was denkt ihr, war Blizzards Überlegung dabei, jetzt mit Shadowlands den Brutosaurus zu entfernen? Was denkt ihr, was hat er so wirklich bewirkt? Was könnte es aber trotzdem jetzt noch in Zukunft für Konsequenzen haben? Wird es vielleicht einen neuen Goldsink geben? Wie gesagt, eure Ideen dazu einfach mal unten in die Comments. Falls ihr noch kein Abonnent sein solltet, dürft ihr jetzt natürlich auch noch sehr gerne nachholen. Ich freue mich wirklich über jedes einzelne Abonnement. Also, wie gesagt, wenn ihr mit dabei sein wollt, wenn ihr ein Teil des Teams sein wollt, meine Freunde, dürft ihr sehr gerne abonnieren. Falls euch das Video gefallen haben solltet, dürft ihr natürlich auch noch sehr gerne ein Like da lassen. Folgt mir auf Social Media und auch auf twitch.tv slash zeltasgaming für Livestreams. Joint meiner Battle.net Community und auch meinem Discord-Server, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand rund um den Kanal sein wollt. Aber, meine Freunde, wieder vielen Dank fürs Zusehen und noch viel Spaß beim Goldmachen und vielleicht den Longbyte zu verdienen. Tschüss und haut rein. Tschüss und haut rein.